Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Microsoft Story Mode. Wir sind jetzt im Weatherstorm und gucken uns mal die Leute an, die hier auch gefangen sind. Und sie scheinen irgendwie paralysiert zu sein, irgendwie ohnmächtig gefangen hier drin. Sie bewegen sich auch nicht. Wir haben zum Glück Ruben dabei. Wow. Ruben, nein, 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 nein. Okay, es ist der Metzger. Ruben, komm schon. Ein Tor. Da ist der Command Block. Können wir ihn jetzt zerstören? Ruben, wir brauchen deine Hilfe. Das ist doch alles voller Redstone-artigem Zeug. Können wir das nicht einfach wegmachen? Ich habe Angst, dass es jetzt irgendwie nicht funktioniert. Wir schaffen das. Ruben, halt dich fest. Halt dich fest, Ruben. Komm schon, du musst nochmal draufhauen. Ruben, ich glaube, wir haben es angenehm. Oh nein. Weg, 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 weg. Ruben. Wie ist das gerade? Und zwar wirklich alles. Perfekt. Und zwar wirklich alles. Hau. Drauf. Du's. Kaputt. Okay, wahrscheinlich noch ein Schlag. Oh nein, er dreht sich. Jetzt müssten wir fliegen können. Natürlich nicht. Oh Gott. Was? Ruben, ich wette, wir brauchen trotzdem irgendwie deine Hilfe. Wir müssen das jetzt hinter uns bringen. Noch ein Schlag. Noch ein Schlag. Dann haben wir's geschafft. Okay, los zu den Tentakeln. Und spring. Halt dich. Zieh dich hoch. Okay. Oh wow. Was? Er hat jetzt auch Innenköpfe. Oh nein. Sind sie jetzt nach innen verlagert, oder was? Ruben, du musst die ablenken. Pass auf. Oh nein, du musst die ablenken. Ein suspensiv. Oh nein. You missen, everything in common. Wait a second. I know exactly how to get up there. The tractor beam. Wir kommen vielleicht hoch, aber ob wir unbeschadet hochkommen? Das ist wohl die nächste Frage. Wow. Oh Gott. Spring bloß nicht rein. Schnapp es dir, schnapp es dir. Wow. Oh mein Gott. Nein. Nein. Warum? Zaun. Ruben. Ruben. Schnapp sie dir und wirf sie uns hoch. Wir brauchen sie. Jetzt. Gut, Ruben. Schnapp ihn dir. Okay. Ruben. Nein. Nein. Ruben. Ruben. Nein. 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 Ruben. Mach ihn. Kaputt. Jetzt. Los. Ruben. Ruben. Wasser sind wir. Wasser sind wir. Ist es vorbei? Was war's Ruben? Was war's Ruben? Ruben. Where's Ruben? I thought he was with you. You did it, Jesse. You actually did it. Ruben. Hey, do you guys hear something? Ruben. 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 Oh, Ruben. Ruben. Oh, Ruben. Ruben. Das ist gut. Du hast es gut. Du hörst mich? Komm, Rube. Say something. Ruben? Du hast es besser gehört. It's okay, boy. I'm here. I'm here. Ruben? I'm here. Vass. Ruben? Vass. Jesse, ich bin... Ich bin so sorry. Oh nein. Er war ein Held. Ein kleiner Schweinheld. Eine Woche später. Oh, Ruben. Oh, Ruben. Oh, Ruben. Oh, Ruben. Oh, Ruben. Oh, Ruben. People used to look at me like that once, Jesse. Having my memory restored is... Ich denke, das ist ein Glück, und ein Kürz. Vielleicht sind sie die Wahrheit über die Ordnung. Alle die Lüge, die wir ihnen erzählten. Vielleicht sollte ich endlich kommen. Keine Ahnung, Gabriel. Ich lasse sie ihre Legend. Wir alle ein großes Geld an Jessi und ihre Freunde. Aber ich lebe auch die Leute. Deswegen... Ich möchte euch etwas erzählen. Über die Ordnung. Wir haben vielleicht den Ender-Dragons verletzt. Aber das ist nichts mit dem, was diese Hörer getan hat. Sie haben eine Witherstorm geschlagen. Sie sind eine neue Generation von Hörer. Sie sind ein Gerät an Years. Ich hab' es nicht gehört. Sie haben eine große Rolle, keine Ahnung. Ich bin. Sie haben die Kürle. Sie sind neu. Sie sind. Sie sind. Ich hatte meine Freunde. Sie haben niemals aufgegeben. Es ist verrückt, dass meine Freunde und ich angefangen haben in einem Baumhaus. Und jetzt? Wir sind zu einigen der weirdersten Plätze in der Welt. Entfernen Ländern. Ich meine, komm mal. Wir sind zu den Farlands. Es gab eine gigantische Wände und eine große Maze und eine Modelle des Ender-Dragons, die... Also, du musst da sein. Aber wenn alles gesagt und getan hat, du kennst, was wirklich wichtig war? Mein Heroin. Ruben, die Pig. Er war einfach nur ein Pig für die meisten Leute. Aber er war so viel mehr. Und am Ende des Tages... Er hat uns alle. Für Ruben! Für Ruben. Ich bitte erst nie wieder Schweine. Er hat uns alle. Und deswegen geht es weiter. Aber das ist so cool. Das ist so cool. Wow. Wow. Das sind wir. Hi. Das ist dann also Episode 5. Das heißt, wir haben hier jetzt eigentlich eine Geschichte abgeschlossen. Lukas überzeugt zu bleiben. Nee, wir haben ihn gehen lassen. Oh, tatsächlich nur so wenige. Und natürlich ein Diaschwert. Mich interessiert, was die anderen vielleicht gemacht haben. Oh, wir haben echt nur so wenige. Haben die Rüstung behalten. Ja gut, und das Geheimnis bewahrt. Aber nur wegen den Leuten, weil dann hätten die wieder... Dann hätten die... Naja, sie hätten uns nicht mehr geglaubt. Sie hätten vielleicht gesagt, dass alle Geschichten falsch sind. Und ich glaube, es war besser so. Und jetzt sehen wir hier erneut den Abspann. Und diesmal haben wir... Eigentlich haben wir die Geschichte jetzt beendet. Und in Episode 5 kommt dann die neue Geschichte. Vom neuen Orden. Und ich bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber Ruben... Oh man, Ruben. Das ist wirklich... Mies. Okay, aber... Wir haben es geschafft. Ich meine, wir konnten die Welt retten. Und wir werden noch viele zahlreiche Abenteuer erleben. Die jetzt wahrscheinlich auch in Episode 5 erzählt werden. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es... Geschafft als Team. Auch wenn es einer nicht geschafft hat. Oder sagen wir zwei. Ich meine... Eligard... War ja schließlich auch bei uns. Und ich fand es gut, dass wir ihre Rüstung anbehalten haben. Und keine neue genommen haben. Denn ich denke auch, dass sie es gefallen hätte. Und sie ist schließlich für uns gestorben. Wegen dieser Rüstung. Okay. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Wir werden sehen, wann die nächste Episode rauskommt. Und wie es dann weitergeht. Ob unsere Helden in einen neuen Kampf ziehen. Ob sie jetzt noch irgendwas besiegen wollen. Besiegen können. Was es noch so für Monster gibt. Irgendwelche Super Zombies und... Monster Creeper. Oder ob es einfach nur Bösewichte sind, die wir aufhalten sollen. Und ich fand es jetzt gut, dass wir den Orden wieder ein bisschen zusammengebracht haben. Ein bisschen doof ist natürlich, dass wir das Geheimnis für uns behalten haben. Aber wie schon gesagt. Ich glaube, ich finde es besser, wenn die Leute im Glauben bleiben. Weil sonst wäre ihre ganze Geschichte zerstört. Und wer hätte ihnen dann noch geglaubt? Wer hätte uns dann noch geglaubt? Und so haben wir den neuen Orden. Und den Alten, ja, der wird dann schon leicht in Vergessenheit geraten. Auf jeden Fall wird das nicht mehr ganz so aktuell sein, wenn wir jetzt unsere Heldentaten vollbringen. Dann wird es nicht mehr so wichtig bleiben. Nicht mehr so wichtig sein, was die damals getan haben, sondern was wir getan haben. Denn den Enderdrachen zu besiegen, war jetzt nicht ganz so spektakulär für die Welt. Hier allerdings die Welt zu retten und alle zu befreien. Da waren die Leute ja direkt betroffen und haben das so auch besser in Erinnerung. Und einen natürlich persönlichen Bezug dazu. Vermutlich haben sie auch viele Leute dadurch verloren. Und dann, so wie wir. Und dann, so wie wir. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und macht's gut. Ciao. Ciao. So, Untertitelung des ZDF, 2020